Kekse Ja, du lachst, aber ich hab auch mal Urlaub. Mein Job ist nicht nur Kekse essen, mein Job ist viel anstrengender. Irgendwie Kecke vom Dach machen, Geschenke einpacken und dann, wenn es losgeht, auf die ganzen Feiern und Schornsteine runter und wieder rauf, runter und wieder rauf. Das ist mega anstrengend. Apropos mega, mega Party beim ICF. Ich hab die Party schon fett im Kalender. Also, Kalender raus, aufschreiben. Wir sehen uns. Bis dann. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ach, scheiße. Wo hab ich denn jetzt meinen Schlitten geparkt?